Vom C zum D ist ein Ganz-Tonschritt. Dazwischen liegt ein Halbton, das C oder das S, je nachdem, von welcher Ton leiter ich es sehe. So, ich habe da natürlich auf meiner bundlosen Gitarre vor allem viel mehr Platz für viel mehr Zwischentöne. Nämlich Ich habe da jetzt acht Mikrotöne untergebracht. Ich habe da jetzt acht Mikrotöne untergebracht. Ich habe da jetzt acht Mikrotöne untergebracht.